So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Wir haben Omnitel gegen Esperweil. Ich habe den Dominant dabei. Guten Tag schon wieder. Und ja, Esperweil gegen Omnitel. Eigentlich nicht so das geilste Matchup für Omnitel. Haben wir ja schon gesehen, dass das nicht so dolle ist. Mit vier Meddling-Mages. Vier Meddling-Mages, da ist ja auch eine Menge anderer Quatsch drin. Ja, Force of Negation. So was wie Spellseeker. Ja, Spellseekers macht auch noch richtig Spaß. Wie heißt der gute, keine Kreatur darf mehr angreifen. Peace Keep. Richtig gut. Ein wunderschönes Show Teil hier. Ja, das Foilentel, auch vorgestellt. Also ich glaube... Esperweil, das hat glaube ich auch schon Deck-Tick. Ich glaube, sie haben beide Deck-Ticks. Beide Decks müssten online sein, tatsächlich. Ja, also richtig viel Liebe in dem Deck drin. Finde ich richtig schön. Auch wenn man hier und Schröder seinen Bauch leider nicht sehen kann. Ja, da war auf jeden Fall schon mal Peace Keeper. Ich muss bei den ganzen Foil-Expedition-Gedöns, weiß ich nicht, was dort ist. Das war ein Flooded Strand. Ja, das war anscheinend ein Verständnis. Oder ein Polluted Delta. Hätte doch genauso gut ein Ancient Dooms sein können. Ne, ne, ne. Also die erkennt man tatsächlich, die Ancient Dooms. Aber das war Flooded Strand oder Polluted Delta. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay, das Deck kann halt alles Foil haben, außer die Duels und die anderen Soullands. Die Soullands, genau. Die City of Traders. Genau. Ja, NF-TWM Brainstorm ohne Fettschland offen. Das ist natürlich der beste Play. Da liegt auf jeden Fall schon mal ein Duel. Ja, sein großes Schande-Duel. Ach, das ist eins, das so Whiteboard oder so. Ja, genau. Und das ist ein Ponder. Das ist ein Ponder. Das ist ein Ponder. Das aussieht wie ein Fettschland. Ne. Ah, man war schon in seinem eigenen Zug. Ja, Mainstep. Der beste, die beste Sorcery auf der Welt. Das sind die Scalding Tarns, die erkenne ich sogar. Die sind ja schön. Ja. Aber wenn die nicht voll wäre. Ja, jedes altbekannte Brainstorm-Fettsch-Spiel auf beiden Seiten. Das macht Brainstorm einfach so gut, wenn man dann auffetzt. Ja, dann kannst du damit dein komplettes Deck-Up setten. Das ist so geil. Oh, da war ein Melee-Match. Oh mein Gott, da war schon mal ein Melee-Match. Hey, der wird Spaß haben. Kriegt ihr den weg? Ne, ja, Wish into Removal. Ach, du Scho. Da muss halt jetzt eigentlich so was wie Force und ähnliches fliegen. Ja, da muss eigentlich alles fliegen. Oder man sagt halt einfach Go. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass hier Show und Terror gesagt wurde. Sehr wahrscheinlich. Der nächste wird dann wahrscheinlich auf Wish liegen. Oder je nachdem, wie weit das Spiel ist. Auf Sneak Attack. Genau. Ja, da sehen wir die Black-Border-Duels. Ich hoffe mal gleich wird das Licht adjusted. Aber das war doch sehr hell an ihm da. Man sieht es da unten. So ein bisschen. Zum Glück hatte Schröder so einen breiten Rücken. Ja. Ein stabiles Kreuz. Das ist ein Land gewesen. Ich glaube, das war die Engine Tomb. Brainstorm. Wieder Brainstorm. Ah, jetzt ist das Licht. Ja. Jetzt wurde das Licht adjusted. Fetch. Ja. Damit der Crab wegkommt. Wahrscheinlich sucht er jetzt nach einem Sneak Attack oder nach einem Wish. Würde ich von ausgeben. Ja, Sneak Attack oder Wish tatsächlich. Ein zum Beispiel müsste es ja sein. Das waren aber Unlimited Duels. Äh, Black-Border-Duels. Also 4-Ride-Black-Border. Genau, die sind deutsch. Ja. Ja, Peter willst du nicht bezahlen? Ja. Ja, nee. Nee. Es reicht ja schon, dass die voll Ponder und so weiter da drin sind. Ja, das ist generell die ganzen Dings. Ja, das sind zwei Länder gewesen. Beide Bottom. Aktuell bisher jetzt noch keinerlei. Boah, da ist das White-Border-Chain-Duel schon wieder. Ach, der hat da gerade nachgezogen. Da ist dann Omniscience. Ich habe es schon gesehen. Ne. Omniscience, Force und Sneak Attack. Sneak Attack ist halt gut. Es bei Weil hat aber auf jeden Fall, ähm... Ein Caracas. Revoker? Äh, nein. Weil Caracas ist in der mit den zwei Duels ja eigentlich schon fast absolut late. Ja, super. Ich dachte gerade, der spielt den Peace Keep. Boah, da wäre ich glaube ich Feierabend gewinnt. Nee, wird erstmal gefatcht. Auf vermute ich den nächsten Madling-Mage, ja. Das ist halt, Madling-Mage macht halt so viel Combo-Dex einfach hin, das ist halt so dämlich. Das ist total bescheuert. So, da kann man jetzt die Sneak Attack Card casten. Ja, muss man. Da kann man jetzt... Ähm, Force auf will. Pitch. Madling-Mage. Die Madling-Mage, die man gerade gerade zu doodert hat. Force, Pitch. Show und Tell. Ja. Lotus-Pedal. Knack. Emrakul. Okay. Auf zwei. Kann man halt auch mal machen, ne? Ja. Never surrender. Nee, also tatsächlich würde ich hierbei echt nicht surrendern, außer ergeben dann... Ja, okay. Der Krillibra. Der macht da halt auch ne Menge. Genau. Da war der Peacekeeper, ne? Den hätte man eher spielen sollen. Ja, den hätten wir vor dem Tutor spielen sollen. Ja, aber da war man glaube ich ein bisschen gierig. Das Problem ist halt, dass man den Peacekeeper ja mit zwei Männer am Leben erhalten muss. Hm. Und das bindet einen halt sehr, sehr hart. Ja. Man muss halt fünf Mana haben, damit der Deck wieder richtig läuft. Richtig. Side-Porting. Vom Esparwahl kommt halt mehr Counterspells rein. Vom Show und Tell wahrscheinlich einfach nur Creature Removal. Tatsächlich zwei Drop of Honeys als Creature Removal. Äh, was war das nochmal? Die zerstört zu Beginn des Versorgungssegments die Kreatur mit den niedrigsten Mana-Kosten am Feld. Mh. Und wenn keine Kreatur mehr vorhanden ist, wird sie geopfert. Ja, okay. Und auch, was auch reinkommt, was sehr gefährlich ist, sind die Bosedros. Oh, stimmt. Uh, da ist Dace in der Hand. Mhm. Leider ziemlich bad, wenn der Hitler mit der Fjord gestartet. Ja, dann sind die ja nicht mehr ganz so geil, ne? Ne, nicht wirklich. Außer du hast einen One-Länder gehalten. Ja, okay. Das kann natürlich auch passieren. Da ist das zweite Land. Da ist der Brainsome. Mitten im Fettschland-Backup. Jee. So wie es manchmal einfach Spaß damit hat. Da ist ein Path to Exile, hab ich gesehen. Ah, der ist wieder oben drauf gelandet. Ja, man bordet hier also ziemlich alle Swords-Diplosures rein, bordet dann diesen One-Off-Path, den man im Seport hat, rein. Oh, shame. Das gute alte Shame-Duel. Ach ja. Ja, aber Grün ist hier tatsächlich dann nur, oder nicht nur, aber primär für Sideboard, ne? Grün ist nur für Sideboard. Also man hat Vale of Summer, man hat... Okay, Vale kann man auch reinbauen, ne? Genau. Man hat Vale of Summer, man kann in Grün halt auch vieles anderes machen, wie zum Beispiel eben das Drop of Honey. Man könnte auch hingehen und könnte einen Oko spielen. Boah. Ja, machen wir mal. Hatten manche auch, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist. Boah. Ich habe keinen Show und Turnmir gesehen. Au! Westland. Westland. Da ist die Frage, ob das nicht zu gierig war, weil man eben mit dem Bosejo rechnen muss. Westland Go, nee nicht Westland Go. Ne, Westland Second Main. Ja. Weil das Rote Mana Pool war. da kommt der wieder der beliebte Middlingman ich denke auch, das ist die Lieblingskarte die man als Show-and-Tel-Spieler sehen möchte die Hand ist halt ziemlich gefüllt von dem Show-and-Tel-Spieler achso, stimmt, da kommt der Hardcast Days da war das Days wieder gut ja, das stimmt aber auch nur, weil der es bei Waldspielern Landrop gemisst hat tatsächlich, beziehungsweise gewastelandet hat, hätte er nicht gewastelandet hätte das mal noch gehabt ja, das stimmt da war es dann zu greedy ja, ich denke auch, dass das man hier nicht hätte wasenden müssen aber man konnte es halt jetzt hat jetzt die Frage, ob das wirklich was gebracht hat, ein Brainstorm hmm One-Drop-Sinn in dem Esparwahl gar nicht drin nee, es gibt Leute, die spielen hin und wieder mal so ein One-Off Judge-Familia, ach der, ja aber grundsätzlich und es gibt Leute, die spielen diesen Ein-Mann-Eins-Einser, der Länder aus dem Deck sucht Weathered Wayfar Finder achso, der, ja genau, das sind so die zwei One-Drops, die man manchmal sieht aber das ist eher unwahrscheinlich Show-and-Tel-Lone Landrop macht halt auch keinen Spaß ja drei Trigger auf den Stack Tap bringt was rein okay oh, das ist natürlich jetzt richtig, richtig nice so, jetzt End-Riff-Turn schön Two-Tour-Chain jetzt hat er den Wenser noch auf vier da wird geflickert jetzt wird geflickert ja, da wird was direkt was tutort und ja, da wird er mit dem Match tutort und reingeschmissen ja das ist halt schon mächtig also, gerade wenn man jetzt den den Soul-Hurder wirklich draußen hat und halten kann ja, jetzt hat man halt einen Beatdown-Plan und der Soul-Hurder wird absurd groß oh, nee der, äh, das war ein Kanonist dann wird man wahrscheinlich einen Countdown-Splug auf der Hand haben wahrscheinlich und wird sich dann darauf verlassen, dass der andere nicht zurückcountern kann ja, das war ein Force, tatsächlich oh, Drop of Annie ja, ist halt die Frage, ob man da countert, ne ich glaube, man muss das countern ja, stimmt zurückcountern geht ja also generell jetzt noch was spielen geht ja nicht ja, außer der, äh, äh, Ding wird vergessen oh, da geht der Menser zurück das ist halt bitter weil den hätte man jetzt gerne gespielt einfach um End-of-Turn jedes End-of-Turn-Möten ein Land zu bouncen mhm das wäre schon gut gewesen da ist auch nur einer von drin, ne genau, da ist nur einer von drin vieles davon ist wirklich nur einmal drin die, äh, Dings auf 4 ist jetzt auch schon wieder obsolet ja, Schwing für 5 ich glaube, nee, ist sie nicht tatsächlich ich glaube, hier hat man, äh, eine Infinite Chain wenn man es richtig macht mhm okay, man tut dort nicht ähm oder hat es einfach vergessen ne, man ist einfach hyped weil man hat die Glanelendra oh Glanelendra ist halt ein Lock oh, fuck it ähm stimmt, die wird ja geflickert und dann, oh genau, nimmt man die Marke wieder runter und hier hat man tatsächlich End-of-Turn einfach den Trigger vergessen dass man flickern kann einfach, weil man so hyped wahrscheinlich war ja plus noch Melanelendra into Conceit das stimmt die Glanelendra wird ja dann geflickert dann hat die keine plus 1, plus 1 ne, minus 1, minus 1 Minus 1, minus 1 Marke mehr und dann kann man die wieder opfern und man kann den Einspell den Einspell, den der Show- und Tell-Spieler spielt kann man dann kontern und geht dann das ist natürlich echt auf sich ja, ja, ja das ist eine der Loks, die man gut hinkriegen kann ähnliches kann man halt auch mit dem Mensa produzieren Das ist natürlich echt heftig. Das stimmt, mit dem Venser die ganze Zeit bouncen. Du spielst den, bounce den Spell, den der Gegner gerade casten möchte, er darf keinen zweiten Spell casten. In deinem End of Turn flickerst du deinen eigenen Venser und nimmst den Venser auf die Hand. Weil ich glaube, der sagt nicht Other Permanents. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Wenn es doch so ist, bitte vergebt mir und schreibt es mir in die Kommentare. Dankeschön. Plus, man spielt ja aktuell glaube ich mittlerweile auch den Barren. Der macht auch sowas ähnliches mit dem Bouncen. Das ist wirklich super. Ja okay, da kann man halt alles, was ETBs hat, von CMC 1 bis 4 halt richtig. Oh, Bosejo. Sehr schön. Das ist eine gute Karte. Die Weile ist auch eine gute Karte. Namensgebend. Ich habe gehört, wenn der Gegner etwas spielt, was den Namen dieses Decks sagt, sollte man es nicht lange am Feld lassen. Ja, ist die Frage, ob das so gut funktioniert. Ja, das ist... Ne. Priolane, Finch... War das ein Brainstorm oder ein Schauntel? Das ist ein Schauntel und ein Grusel-Daddy. Okay. Das kann das beide runtergehen. Ein Wish. Der Wish macht jetzt auch nicht so viel. Ja, noch nicht. Ich meine, mit dem Wish kann man immer noch Antworten finden. So ist es nicht. Alter, was wollen kann, noch nicht. Yay. Das macht Spaß. Ja. Wobei, wenn man jetzt ein Schauntel auf der Hand hat... Ja, das ist halt irrelevant. Das ist irrelevant. Das ist relativ safe. Das, was nicht geht, ist um Nischens. Aber da ist ein Fettschland... Okay, es ist einfach nur ein Fettschland. Okay. Das ist übrigens die... Dann war es aber kein Schauntel, was der drunter gelegt hat. Ne, dann war das wahrscheinlich ein Wish. Oder ein Impuls. Irgendwas wird aufgrund des Freulings ausserwählen schon. Augenkrebs, da hat Deck. Ne, wunderschön. Ja, wunderschön schon, aber irgendwie schon Augenkrebs. Wenn die Artworks nicht direkt erkennst. Ja, klar. Man muss sich halt ein bisschen geübteres Auge haben. T-Feric. Man muss halt ein bisschen geübteres Auge haben. Das ist übrigens der Flutterstrand, der liegt. Das heißt gerade eben, das waren die Polluted Taters. Weil der Flutterstrand ist so wunderschön lila, blau, weiß. Gepunktet. Da kommt der Wish. Ja, macht Sinn. Obwohl T-Feric und Aedda's One-Kanonist zusammen... Ich glaube, das ist noch auf den Cast von dem Wish. Ja, klar, aber ich finde beide zusammen auf dem Board ein bisschen overloaded. Weil die Effekte schon relativ ähnlich sind. Ja, natürlich. Bei uns nichts. Ne, da zieht einfach nur eine Karte. Ist ja unwahrscheinlich, dass der jetzt umgebummst wird. Ja, wobei man hätte hier warten können mit dem Plusen bzw. Minussen, um so ein bisschen was zu konserven. Da der Schau- und Tell-Spieler ja hier halt auch Burn Spells im Side-Pod hat. Ja, oder halt einfach ein Blast. Ja, also ein Through the Breach. Through the Breach. Ja, okay. Die ist natürlich... Auch ziemlich, ziemlich zügig. Ist halt die Frage, ob er das Land dafür hat. Kostet es nicht fünf? Es kostet fünf. Also braucht er ein Soul-Land dafür. Es kostet im Endeffekt genauso viel wie die Sneaker-Technik-Aktivierung. Weil es auch Doppelrot... Ne, einrot ist. Stimmt, du bist weniger Colors-Code. Und das Ding ist instant, soweit ich weiß. Ja. Was das total dämlich macht. Aktuell ist es nicht instant. Ne, aktuell ist es nicht. Aktuell ist nichts instant. Aktuell spielt einer von den beiden gerade Standard. Das sieht man auf jeden Fall in ein paar Länder auf der Hand. Ja, aber noch kein Soul-Land, was ich jetzt gerade gespottet habe. Doch, da ist ein Endstub. Das tut weh. Das sind vier Damage. Das tut richtig weh. Ach stimmt, das Possession macht ja auch noch Schaden. Ja, du brauchst einen Extrover-Countern. Ne, it's through the Breach. Grusel, der die... Ja, der ist gruselig. Ach du Kacke, aber echt? Das war... Ballsy. Ja, ich denke, hier muss man 7k ziehen. Jo. Ja gut, der Wenser muss halt gehen, weil ansonsten kann man halt nie wieder irgendwas countern. Das ist halt... Den Teferi. Teferi meine ich ja. Ja, das ist halt... Auf der anderen Seite bekommt man halt auch nichts mehr gecountert, ne? Durch die Bösegung. Kannst ja eh nur eine Karte pro Runde spielen, wenn es kein Lotus-Pedal ist. Ja. Aber man will, glaube ich, hier einfach den Gegner davon abhalten, seinen Gameplan durchgeziehen. Ja, Teferi... Der Teferi... Weil wenn er das erste Beweil halt einmal den Sack zu hat, dann ist das halt vorbei, ziemlich schnell. Gucken, was man behalten will. Der Rest kommt in den Schrott. Richtig. Schade, aber kein Emrakow bei. 3... Fetchland... Biet für 2. Neu... Ja. Da ist auf jeden Fall ein Wenser und... ...mhm... Ding. Der Wenser ist halt ziemlich cool, weil der halt auch was zünden kann. Da ist noch ein Wish auf der Hand. Da ist noch ein Wish auf der Hand. Den Drop of Funny. Hm. Spielt man den? Mhm. Man hätte den hier spielen können, glaube ich. Okay, also hier sind beide Seiten sehr, sehr konservativ. Das ist natürlich bitter. Da machst du halt auch gar nichts gegen. Ne. Vor allem jetzt mit Sunshock mit Ding weg, ist das halt nochmal ein Wender gefährlicher. Wenn er jetzt noch ein Wish auf der Hand hat, falls die Frage, ob er noch was aus dem Sideboard holen kann oder will, kostet halt auch viel Leben. Mhm. Ja. Hier kann man jetzt halt hingehen, kann in seinen eigenen Endstep gehen und, ja, wird ja auch angezeigt. Und dann mit der Attifu den Flickerbuss reinbringen. Mhm. Mit der Flickerbuss den Poseidu rausnehmen. Poseidu und dann gehst du ja bis zum nächsten Endstep draußen. Genau. Das bedeutet, man kann alles kontern, was die Gätener spielt. Dadurch, dass man ja gesehen hat, dass der Gätener gerade eben dann vor so viel abgeworfen hat. Mhm. Er hat zu sehr auf den Poseidu verlassen. Aber die Flickerbuss ist bisher auch noch ein One-Off. Ja, aber da ist noch ein Wender auf der Hand. Mhm. Das weiß der Gegner ja nicht. Nee. Jetzt wird halt einfach mal probiert. Tramana Schontel. Nee. Vier Mana Sneak Attack. Vier Mana Sneak Attack. Ja. Da kommt der Wender. Das ist die Frage, ob da noch ein... Nee. Das war zu greedy. Bounce. Ja geht. Es kommt ja wieder. Nee, da ist ein Force. Ja. Aber man hat halt Force plus Wish. Und man braucht irgendwann mal irgendwie eine Antwort. Aber so hat man den Win halt schon mal easier auf dem Board. Mhm. Mhm. Ja. Da nimmt man den Wish. Es ist halt die Frage, ja, okay, keine Handkarten, die was bewirken. Auf fünf Leben, da muss man den Drop of Honey nehmen. Ja. Ja. Trigger. End of Turn. Ja, die Flickerwisp macht jetzt halt in zwei Runden aus. Ja, nee. Die Flickerwisp wird in der Abgeb vom Schonteldspieler geopfert. Ach, stimmt. Ja, drei. Da ist man auf zwei. Nee. Drei. Auf drei, ja stimmt. Von sieben auf sechs auf drei. Ja. Jetzt ist halt limitiert mit, ähm... Hier müsste eine Drop of Honey gehen, soweit ich weiß. Weil, soweit ich weiß, geht der, wenn die letzte Kreatur am Feld gegangen ist. Ja, oder er checkt... Och, riesen Wohl auf Text da drunter. Ja, natürlich, die ganzen alten Legends-Karten. Ja, super. Ja. Hier muss ich auf jeden Fall noch was drüberlegen. Ach ja. So, das ist ein... Jetzt hat der nix. Oh nein. Ja, genau. Da realisiert man auch, dass da Drop of Honey gehen musste. Ne, anscheinend hat man hier halt echt nix. Das ist ein Show und Tell, aber das bringt einem nichts mehr. Dann... Brainstorm... Buh. Ja, man kann auch einfach hoffen, dass der Jedna nichts hat. Ja, dann guck mal halt einfach. Never surrender, ne? Ja, okay. Er hat ja noch den... Hat der den Wish noch? Ne, der hatte keinen Wish mehr auf der Hand. Ne. Dann könnte er sich die beiden Force weglegen. Einfach aus dem Moment heraus, weil es irrelevant geworden ist mit dem Posejo. Force of und Spells... Bels... Ne, warte mal... Hier, der Flicker-Typ, äh... Ja. Den, ähm... Soul Herder. Ja. Brainstorm. Brainstorm. Da hätte man vielleicht doch das Force auf den Gage schmalen können. Da ist ein Omniscience, ein Brainstorm und... Ich glaube, da ist ein Emrah cool. Ist das ein Emmy? Das ist ein Fetch. Da kommt der 1-1er. Das ist ein Release the Ends, was da auf der Hand ist. Ja, für die Kombo. Ja, für die Kombo. Beziehungsweise halt in diesem Moment halt... Sehr wahrscheinlich einfach ein Release the Ends, deine Kreatur. Stimmt. Und dann kommt da ein Force of Negation drauf. Weil man keine 2 Leben zahlen konnte. Richtig. Es sind halt auch 2 Länder, die jetzt tot sind von dem... Das ist halt richtig bitter. Und jetzt ist wieder alles offen für Counter-Magic. Hat der noch irgendwas in der Hand? Er hat nur noch 2... Hier hab ich nochmal gelesen. Das ist einfach nur ein 1-1er. Äh, 3-1er eigentlich. Ja, der ist halt total Mischhugge mit dem Recruiter. Ja, aber der macht halt... Alleine macht der halt genau... Gar nichts. Nee. Genau einfach gar nichts. Gott sei Dank. Oder leider Gottes. Je nachdem, auf welcher Seite vom Tisch man sitzt. Ja. Aber der ist halt jetzt eine Tutor in Glock. Das ist halt ausgenossen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber... Das ist echt ein interessantes Spiel. Ja, hier wird halt echt überlegt, was man macht. Lass man einfach durchgehen. Ja. Okay, er hat auch noch einen Brainstorm auf der Hand. Und das ist auch noch ein Nischen. Das ist noch ein Nischen. Hätte er oben drauflegen können. Damit hätte der Dicke den Release-Dienz-Fight gewonnen. Genau. Das wäre jetzt auch... ...relativ easy dann durchgegangen als Vermoval. Ja. Auf ein Leben. Damit hätte er doch gewinnen können, oder? Nee, er muss ja immer wieder 2-mal dann bezahlen. Stimmt. Ich kenne den unter Omniscience. Ja, genau. Brainstorm findet... Show & Tell, Brainstorm. Und ein Preordering, glaube ich. Wir können jetzt Show & Tell zocken, um das Omniscience reinzubringen. 2-mal drunterlegen, eine Drawn. Ach, noch ein Omniscience. Äh, noch ein Show & Tell. Der findet halt auch gerade gar nichts. Nee, nee. Alter, da hat er ja schon mal 2 Länder... Da ist auf jeden Fall ein Emrakul. Ist da Emrakul? Ja. Nee, du legst ein Land da oben drauf. Da ist der Emrakul. Doch, da ist der Emrakul. Uff. Da ist ein Emrakul. Uff. Das könnte jetzt nochmal richtig knapp werden. Vor allem, wenn man hier so... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja. Beat. Before Combat. Peacekeeper. Yes. Man hätte so oder so gewonnen, tatsächlich. Man hätte auch einfach alles opfern können, bis auf den... Bis auf den... Ach, Slash Surrender. Ja, genau. Es war hier irrelevant, was man so weit gezogen hätte. War ein sehr, sehr schönes Match. Das war auf jeden Fall... Boah. Ja, den Peacekeeper kriegt der nicht mehr weg. Der hat jetzt halt einen Schock verbraucht. Genau. Und dann geht der halt weg. Und man lässt den dann opfern und haut dann für einen zurück. Ja. Soviel zu diesem Matchup. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Kahlt autrefektor. Soviel. Let's go nach sneaky. Vielen Dank.